ja hallo kommen mein name ist an die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play fallout 4 jetzt folge haben wir bald 88 erkundet und wie es aussieht müssen wir jetzt uns um das wort kümmern weil die jetzt sie und so habe ich total vergessen ich will eigentlich nicht so viel zeit hier verschwinden ich will mein rest ist ödlands erkunden aber okay wir sind ja schon mal hier so machen wir auch und ja das ding ist schon fast zwei minuten am laden das ist irgendwie komisch vorhin eine aufnahme gestartet so ein paar sekunden aber da war noch nicht alles komplett eingestellt richtig habe ich noch beendet jetzt noch mal eine aufnahme gestartet und da ist immer noch am laden jetzt aber gut was gezeichnet ich glaube wir haben die letzten folge ein so ein teil gefunden und ja wir müssen mal in diese konsolen glaube ich reinpacken mit wer im rest des gebiets und die bauen können oder so hier war ich schon okay so wie ich da verstanden habe mach mal einfach so und ja übrigens was euch der part vielleicht könnt ihr meinen like ein aber ein kommentar und like abo kommentar da war schon hinterlassen um ja hallo mir kann ein bisschen weiter zu helfen und ich sag gleich ein bisschen lauter man ich habe glaube ich 3 oder 4 da ist ein bisschen wenig auch wer was wo ja das ist einfach viel zu stark wenn ich erbauen wenn du wollte auch nach sich so haben wir hier muss das ding aber ich habe ja alles erkunden jeden feind erledigen wollte ich mich schon wieder ja wo muss ich machen hier war ich noch nicht da habe ich glaube ich denke controller einstecken wenn ich bin ich habe jetzt wissen alle hatte ich aber auch mal wieder ein paar tag so fahren ausgereiht wird da vergessen aber noch mal hier noch nix da gibt es eine meldung bekommen dass ich alle gegner gerichtet habe mich schon mal beruhigen und wo ist das ding was ich finden muss ja wo sind die konsolen wo ich das reinpacken kann wenn ich zum beispiel sonst könnt ihr weg räumen mit meinem aufbau modus der bücher hat okay was mit hier nix war oder nicht solche komplexe sachen werden nix ist da hat sich zum beispiel auch so aus und kann es perfekt bauen war mal erste dinge irgendwie einsetzen von den füchern weg doch auch nur bloß nicht mehr diese krankheit aber hier schon oben ist noch nichts erkundet hier war ich schon manche hat eine ding aber kann ich nicht hin aber dann muss man wahrscheinlich erst einzeln alles hier bauen wo kam ich jetzt schon daher und wo nicht so verdammte ihr garten hier was nicht von wo ich gekommen bin jetzt hier haben wir angefangen ja aber ich gehe schon wieder vollkommen zurück immer da dass solche ihr gärten sind ja wo ist so eine konsole wo es so ein blödes teilweise einstecken muss und seine kohle ist ein neuer warum komme ich nicht ich komme nicht klar und wenn ich alles aktiviert habe und erkundet hat und so das kenne ich aber wo sind verdammt noch mal diese konsole noch mal so hat man ja die ganze folge ganzen ding an ja nicht wirklich eine ding sagt mich soll zu der 1 zurück gehen nehme ich an ich wollte jetzt mal sagen und 30 30 26 da scheinbar doch richtig zu bleiben aha aha so macht man hat da kann ich ja alles hier bauen mein gott so ein riesiger basis will ich dinge haben im hallo nötland das hinter mir so komisch bewegt kann einer wochen für sterne weiter an ich habe einmal angemacht okay ihr seid nervig der fossil tini blitz wir bringen nix okay geil wir wollen auch fahren mann ja das schreit doch nach dem big boy ne das geschreit doch so ich würde geneigt werden dann kommt auf dir ja man beim guter das sauer damit das was was du nicht der geschützt haben oder sowas aufbauen am besten erreichen du kannst dich nicht erreichen also ab jetzt nicht wie ich besser kommen herr herr warum aus jetzt ab das ist mal voll aufgeladen ja auch hat ehrlich dieser kopf oder gesicht mehr die minuten und wir sind noch nicht mal wirklich weitergekommen wir haben ein ding die arbeiter eingeschaltet aber trotzdem schütze ja auch stellen ist eigentlich auch doof brennen und am vergiften ok brennen und vergiftet meine ich klingt doch nicht schlecht wo ist der letzte macht aber gerade mein ding ist warum ist das verklebt was speichern blöden bis ich ja da kann ich aber schon wegbauen wir jetzt an einem ort wo wir schon waren oder nicht mit seinem schwanz als tonkopf brett skorpion hat dann für ein teil vielleicht noch irgendwie entfernt die ganzen fässer und die auswahl alles wegbauen aber auch nicht bis dahin geht es hat nur ok ok übersicht zuliebe könnte ich alles irgendwie wegpacken aber egal nichts mehr nächstes teil gehen wir mal zum nächsten teil 95 dinge ja entweder da oder das ist irgendwie weiß ich nicht der eine olle blöde version von minecraft ja aber ich habe voll verdächtig aus der richtung ja es war sehr komisch wir uns mal der treppe oder so in bau wahrscheinlich sind meyer die hat doch schon bin ich doch schon danach dass ich ja weg mit der spiegel ich kämpfe mit einem kollegen ich kämpfe mit einem kollegen der lag jetzt nicht so ein kleines ich habe da wird aber wenn wir mal wieder abziehen das war ein bisschen mehr als nur ich dachte ich bin schon auf der suche nach rein hier ist er braucht dann so eine riesige basis verzeichen als bauern hallo was wahrscheinlich meiner jetzigen basis nicht was ich bauen soll verlangt meine arme ist noch so eine stelle da war voll nervig für mich und so ja ich nehme an der top den wir weiter bauen ha ha das ist ein ganzes hallo na komm gleich wieder eine sekunde noch richtig okay okay ist mir ein gefolgt ich kann jetzt waren ja einfach rein zu haben wir der gerechtigkeit auf die wieder prasseln ja kommt schon der nächste ist auch ein toten kopf oder nur hin da müssen die einen sprungangriff gemacht da aus dem sprungang ich kann ich nicht warum kann ich mit so einem riesigen megaton haben man nicht im sprung angreifen war ich ließ tod oder so hallo du bist du das ist ein bisschen riesiger als nur ein wort daher kannst du aber riesige basis bauen wie gesagt was solche bauen ich meine anderen sachen hier bauen soll ein bisschen mein kopf erinnert hat schon noch so das war der nächste oder wenn ich da ein blöden gedeckt ja länger tonkopf red noch einer und noch einer ja nämlich auch erwartet da seid ihr alle weg ja die pisser buddeln sich anlaufen ein wenn ich gerade weg gehe ja ist geil hey also wollen wir schon so schwer genug oder so müssen wir sicher ich werde die ganze zeit vergiftet genau wie er für meine angriffen abglocken geil oh mein gott hier ist das stich ich sei vergiftet von einer eigenen schlucken das ist nicht so ist eine schwert hat ich hatte ja krebs zahlen aber der letzte die letzten beiden er will denn hier wird schon mal traurig wieso sollten da drin irgendwann warum hast du noch einmal weil mich an bradex und also was eingeballert mehr und ich kann schon mir gleich vollstaunt was skorpion müde es kommt ja auch nicht schlafen gehen wir haben auch flach gemacht den gehstopp den satz jetzt ein ja jetzt gut gegen insekten und probierter noch als insekten zählen warum verschwört sich als gesamte tierreich gegen mich alter und so stehe und hier läuft einfach über den boden wo war war auf ja mein gott aber jetzt bald kann ein ordner so viele erinnert mich von einer tomatron oder verdammte versteckt vom meckern ist einfach nur verdammt riesig war was glaubt man hat wenn ich hier acht daher kam die strahlung oder was nach erdinger macht die ganze strahlung ja ne uran was jetzt richtig gelesen da kommt die ganze verschließende strahlung bestimmte meine christian ich machen muss soviel dazu dass ich mich nicht lange aufhalten will irgendwie keine wahl ja jetzt weiter und schon super mutanten hat noch nicht nur beschlauern herr oder irgendwie auch keinen sinn machen würde ich will minecraft spielen ja neue sachen abbauen hier ein bisschen graben da ein paar sachen abbauen immer sachen einsammeln ganze zeit ja mein kopf ist nix an das nicht irgendwie so hightech sachen bauen oder so eine strahlung habe schon so viel also verdammter roboter du kannst natürlich nicht irgendwie meinerseits sein aber hatte ich eine idee und vielleicht auch noch ein prozent oder so reicht schon es hat überhaupt offen ich glaube das geht nur wenn er offen ist oder warum wie kann ich die impulsions kann nicht sehen ich bin leuten wieso traf ich den mich hallo noch anzünden warum schauen weil wir wenigstens ein prozent ja so schon schneller hat uns ein anspruch gemacht habe ich du hättest jetzt nicht überrollen aber aber schon gesehen hat der datt vor ort noch mehr strahlung geil ich habe ich den ganzen partien oder krachen und dann weil sie nicht im nächsten part anderes ich werde hier fertig haben ich bin sogar noch schon zwei gebiet hier glaube ich nicht mal irgendwas aber seiner strahlung was ist jetzt in der richtung weiter wo sie eine rolle ich will erklärungen waren wir immer noch ein ding nicht erkundet du bist die sein wer es mal andere noch her holen jetzt auch noch ganz schnell gab es noch dauert wird ja auch hinter mich bringen sogar nicht weit entfernt anscheinend noch mal schnell uran nicht nur hier ausgezeichnet ich nehme alle geiler pia schaue ich habe es auch ein bisschen die ernährung der menge in letzter zeit die 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 der so man er jetzt ist es wir haben so hat geschlagen also sich gedreht hat sehr geil sondern auch das blöde teil und damit war den ort hier kunden da mache ich mal nicht also hat gehört nur zur mission ich glaube ich bin jetzt bald immer neue beschäftigt ich glaube mich hat schon gewesen ist immer noch hier die ganzen nicht so dass leute und zwar hier alles hier einbringen ein besseres leben ja das ist auch noch ihr legendäre mythische toskala das halte ich von mir tut oh gott das hat was nichts abgezogen oben im balken das ist doch so ein gegner man müsste da rumstehen als wäre es nichts das wäre egal was ich mir jetzt auf der anderen seite mega lana dann kommen wir noch mal hier bei den kohlen zum wieder verirrt hat so jetzt zurück zu der 1 wenn ich ja so lange rum hängen man sagen wir bescheiden dann wenn man im part alles klein zu klein und zwar wird es haben aber bloß irgendwie anfangen zu bau ist noch viel zu riesig und solchen als bau ich würde doch dann hier im park wenden aber dann würde ich sagen da führt schon wieder irgendwo anders hin dann sage ich ich bin die partier mit derzeit der nächsten let's play fordert für ich bleibe ich alle zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge